Servus YouTube, ja ich wollte wieder eine kleine Aufnahme starten, weil es ist jetzt schon wieder eine Baustelle, also es ist ja wirklich so schlimm geworden mit ganzen Baustellen. Ja, ich hoffe, dass die jetzt mal bald fahren. Und ja, keine Ahnung, was die hier machen, entweder die Tonige Straße wieder teuren oder, ja, 60er erlaubt, ach guck, da vorne ist eine Ampelanlage, okay, hier müssen wir halten, oder auch nicht, da kommen wir nach vorne, oder was ist mit Faddy jetzt, wenn er Faddy jetzt, warum? Na, dann müssen wir hier ein bisschen aufpassen, weil es doch ein bisschen ungefährlich ist, darüber zu brettern. Ja, packen wir mal hier. Ja, das war es eigentlich von dieser, ja, das ist kein, so lange ist es gar nicht, die Baustelle, anscheinend wird die komplette Strecke geteert, Richtung Florstadt. Ach, also Anlieger frei, okay, gestaure Baustelle, also müsste da irgendwas geteert werden, aber ich bin hier nochmal, ich habe ja nochmal hier, ich habe ja auch in der Nähe gebunden von Algenstadt, und zwar in Böhnstadt, oder heißt es in Sachsen, Böhnstadt, aber es gibt, ja, ich vertausche das ein bisschen, Böhnstadt und mit Sachsen, glaube ich, Böhnstadt gehört, ist hier bei Friedberg und mit Sachsen ist halt oben in Edern und da habe ich auch gewohnt gehabt und, ja, ich melde mich gleich wieder, wenn ich da bin. Okay, dann, tschüss! Okay, dann, tschüss!